Dürfte ich dich etwas fragen, mein guter Herr Wingull. Ja, hi, willkommen. Mein Name ist Daniel Epi und ich begrüße euch zurück zu Let's Play Tales of Xylia. In der letzten Folge sind wir der Schmeriade im Tempel begegnet, der Xylenwälder. Und ja, wir wollen am nächsten Tag hier diese Olympus, oder wie auch immer diese Armee heißt hier, angreifen. Aber vorher wollte Rowan sich noch mit Wingull unterhalten und ja, was will er denn hier von ihm? Und das ist das, was du hier machst? Ein Schmerziger Versuch zu zurück nach dem Spielfeld und wegzuhren deine Schmerz? Wie kannst du das sagen? Nicht so, Rowan, du bist großartig! Er ist ein tolles Mann für jemanden, der so alt ist! Du war ein Taktiker in deinem Prima, ich versuche dir das. Aber wie viel dieser Taktiker bleibt heute? Vorher Schiff der Staffel, Elbert. Willst du spielen ein Spiel? Ein Spiel, du sagst? Ein Schmerziger Versuch, mit einer realen Militärin, aber natürlich, ich verstehe, wenn du dich verletzt hast, wie die Zeit verletzt hat, deine Taktiker. Du musst nicht in das. Ich akzeptieren. Okay. Okay. And you wish to recreate that battle now? This is no recreation. If I had led Ajul into battle, we would have won. That is what I will prove here today. Formation Ichthes. All troops advance. The core of the Roshagal army is being pushed back. Left and right troops spread out to the wings. Surround the enemy's vanguard. It's no good. The vanguard is unstoppable. What is this power? That's Gaius' unit. Their first time in battle. You won't surround them so easily. Both wings advance. Circle to the enemy flank. There is a full in Yu-Gi-Oh! Planning to launch counter attack on my flank. Such a boring and predictable response. I'll simply attack while your troops are changing course. This battle will be won before the tsunami hits. The enemy is turning faster than Roshagal. Look out! All troops maintain forward movement. Your goal is the high ground behind the Ajul army. What? Roshagal's army is assembling on the hill. It's over. It is impossible to defeat a defending army on high ground in so short a time. Soon the tsunami will come and engulf the plains. You will have no choice but to retreat. And this is what you call a victory? I am satisfied simply not to lose. I see. Thank you for the match, Conductor. We will settle this in a different way. No. Okay. No. Okay. I have a special quest. I am so excited. I am so excited. What do you want? It's about Jow. He's dead. Did you think he survived that? He's dead. He's dead. He's dead. He's dead. I heard he died protecting a spoiled little brat and her stuffed dolly. A fitting end for a foolish old man. How can you? Don't you talk that way about him? You got a problem with me saying the truth? That's enough, Agria. It's not even close to enough. The lives of the Khmeriad belong to his highness. But that old fool threw his away for some sniveling brat. That's true. But his sacrifice did give his highness a chance to escape. He was an idiot right until the end. Always giving me candy when he saw me. Like I was some sort of little kid. He just needs to die already. He did. With Jow gone, the offensive might of the Khmeriad has diminished sharply. I'm all the offensive we need. That goes for you too, Grandma. No one will miss you when you kick off. I'm relieved to hear that. Just you watch. I'll protect his highness all by myself. I'm getting a headache. How am I supposed to relieve this stress when there's no one left to talk to you or have a drink with you? So, that's it? We're never gonna see Jow again. Hey. Hey. Hey, Leute aus Tales of the Abyss haben noch schlimmer Sachen überlebt. mein sinkt ist irgendwie keine ahnung kilometer weit in ja wie nennt man das nochmal in so einen lebensstrom oder so reingeflogen der hat überlebt spoiler übrigens entschuldigung ja aber wenn man daran schon denkt zu wort von überlebt da muss mein verkacktes zimmer das ist nicht mein zimmer aber ist ja was ich komme dazu mal irgendwie was zu sagen die ganze zeit cutscenes und so weiter ist was hat hier zum 1 ok nein aber es ist auf der anderen seite ok morgen warum aber da ist ein jung habe ich gar nicht gesehen der ausgang schatztruhe schatztruhe heute gegenstand könnte ich mal mal ich will doch nur irgendwas zum loten gaben kann ich übrigens ich habe meine rammschwarzen fehler abgeben ich bin kommen bestimmt voll geile sachen jetzt ich habe gleich 400 glaube ich aber ich habe schon 400 weiß ich gar nicht will die abgeben so haben wir erst mal ruten verdammt tempelzimmer wett hier ausrunden und elbe macht wieder verdächtiges zeug wer hätte das gedacht so ich bin ich bin ich bin ich bin ich bin und zurück zu Olympias zurück? Warte mal über deine eigenen Probleme, Kind. Du willst, Mila zu schützen, oder? Nein, sie kann sich selbst schützen. Ich möchte nur, dass sie gewinnen. Ich denke, das ist die Hilfe, die sie am meisten braucht. Huh. Du willst dann mit ihr mit ihr? Was? Al... Was bist du? Du hast keine Grund für sie mit ihr, wenn das alles vorbei ist. Ich weiß. Wenn du sie nicht erzählst, wie du wirklich fühlst, jemand anderes wird dich zu schützen. Du kannst nicht nur auf der Besten, um alles zu machen. Die Feind hat dich nicht zurück. Ja, ich weiß. Ich... Vielleicht brauche ich mehr Zeit. Du hörst wirklich alles, was ich sagen, nicht? Huh? Nacht und Nacht, Kind. Ah, die schönen Betten. Mal mit den Schuhen drauf. Nicht mal zugedeckt. Ja. So. Lebt er noch? Okay. Man kann ja nie wissen, bei Roan... Er ist schon alt. Also... Was jetzt? Schlag vorhin zu Bett gehen, noch etwas Zeit. Ich weiß nicht, wieso. Aber ich kann einfach nicht schlafen. Boah. Na gut. Dann gehen wir raus in die eisige Kälte. Ich weiß nicht, wieso. Aber ich kann einfach nicht schlafen. Hey, Mila. Betst du ein bisschen? Ich kann nicht schlafen. Nein. Ich kann nicht schlafen. Nein. Du willst mir nicht etwas fragen, was ich heute vorhin gezeigt habe? Nein. Nein. Du hast das richtig gemacht. Das einfachste. Das einfachste. Zumindest hoffe ich so. Justiz ist ein kompliziertes Konzept. Es bedeutet verschiedene Dinge für verschiedene Menschen. Und was ist Justiz für dich? Ich dachte, das war nicht ein soziales Konzept. Entschuldige mich, Maxwell. Es ist die Macht der Wille, die in einem Herz liegt. In diesem Moment sind wir beide in Verbindung. Die mit dieser Macht der Wille haben eine Verantwortung für diesen Welt. Die starken müssen und die schwachen. Gaius. Die schwachen ist nicht eine affliction des Körper, sondern des Herz. Der Welt wird immer die schwachen. Aber das ist nicht schlecht. Dann müssen wir die schwachen, bis sie werden stark. Das ist unsere Aufgabe. Wir? Ja. Alle, die starken müssen nach den schwachen. Das ist die einzige Möglichkeit, dass die zukünftige Generationen zu haben. Also das ist deine Lösung zu den Problemen, die ich in Fezabelmarsch gestellt habe. Wie gesagt habe ich dann gesagt. Ich kann eine neue Zukunft für Menschen, wenn ich nur genug Macht habe. Aber wenn ein Mann wie Gillen nimmt den Platz, ein Mann, der nur die Macht für seine eigenen Worte kann, dann werden die Menschen verletzt werden, und die gleiche Verletzt werden. Ich verstehe. Aber ich bin Angst, dass es nicht für mich für Ihre Antworten ist. Ihr Konzept der Justiz ist dein eigenes. Es ist nicht mein Platz, um zu interferieren. Hm. Wie gesagt. Die zwei von euch sicher sind zusammen. Wie so? Wie so? No matter how extreme her words are, ich denke, dass es immer die Wahrheit gibt. Ich verstehe das gleiche Gefühl von dir. Du willst, wie Maxwell? Ich würde es nicht interessieren, obwohl ich weiß, dass das unmöglich ist. Ich verstehe. Wir sollten wahrscheinlich ein bisschen Rest bekommen. Ja. Die Showdown ist morgen. Aber ich würde sagen, den Tempel verlassen wir im nächsten Part. Von Let's Play Tales of Xillia. Ja. Ich bedanke mich fürs Zuschauen, und wir sehen uns im nächsten Part. Tschö tschö. Schö tschö tschö. Tschö tschö. Schö tschö 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 relativt.